das ist dann glaube ich dein typo thalamus gewesen jetzt sind mehr ob das was wird wieso wo sind da noch welche aber wahrscheinlich hinter der hinter der wand da mal gucken was wir hier haben da ist nichts mehr auch nichts mehr ja wir können auch nicht okay alles klar detailsmäßig hätten sie aber ein bisschen mehr mühe geben können würde ich sagen aber wahrscheinlich ist das so ein bisschen gruppe das spiel so ein bisschen gruppe aufgebaut wird halt ein bisschen etwas grafik um mal naja um das halt echt wirken zu lassen meine das alles so ein grau und grau und es ist immer nur dunkel die sonne scheint nicht tag hell und überall brennt es irgendwie so komisch das ist immer noch nicht drei oder fünfzig schuss ist gut wo wir gewechselt habe ich bereue es nicht oder wo in den kiefer alter ich bin gespannt ob der nummer hochkommt okay anscheinend ich war diese geräusche waren mann 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 oder ich bin doch von hierher kommen glaube ich so ne genau da muss ich jetzt hier lang ein bisschen ja ich weiß hinten zurück aber nachladen schade nicht es ist ein kranker geräusche so wir konnten uns mikrofon das ist eine funkstation ausmachen volle munition schade dass kein schaffschutz im munizierung gibt da hat mir eine voll aber da war warum wir ja auch immer was jetzt mit dem baldigen mehr diese geräusche panzer faust auf dem ok wofür brauche ich denn hier eine panzer faust wenn ich die panzer faust aufnehmen dann ok da geht's raus oh man wenn ich weiß was leute 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 gänsehaut das ist alles zu ich kann aber auch gar nichts machen ich sehe ja auch nix ich sehe und das ist dieses hässliche geschöne das ist jetzt jetzt markplatz gut freigeräumt würde ich sagen es sieht schon wieder so eine boss kampf arena aus wo man ganz ehrlich dazu sagen ja guck mal hier hätte ich so schön alle abschicken können und ich mache das unten aus dem keller fenster aus aber wenn es funktioniert warum auch nicht so okay ja genau richtig luft hier oder gehen wir müssen ja raus das jetzt kommt die alle rein oder was gut dass sie alle von hier aus reinkommen ja junge für die munition für diesen hanserbanger verbraten geht aber gar nicht klar da war der feierabend alter wieviel kommen denn da nein warum wechselst du denn jedes mal die waffe das mache ich anders ich muss doch wieder hier hinten machen ja die die besten schon das geschaut natürlich jetzt die menge sie haben natürlich auch schaffe ziel sein so was nachladen geht ja ein jama ein jamaßes schnell mann 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 ja du kommst mir nicht so nah der ist schon wieder abgebogen so dass du schon reinläuft danke jetzt aber alter masken nimmel du ja kommt alle mal ach so früh so aber ja Was war das denn für einer? Bitte, ich habe gar nicht kapiert, was mir das abging. Oh Mann, ey. La 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 la. Ah. Ah, springende Sniper-Zombies. Okay, mit denen kann ich jetzt, dann muss ich jetzt erst mal wieder, ähm. Nein, wir warten ganz ruhig, ganz ruhig. Nicht so einig, du bist doch genug zu ballern. Oh Mann, ey, ich komme wieder. So, komm mal ein. Ich muss immer wieder neu anlegen, ist besser, als wenn ich die ganze Zeit so. Oh. Na. Aber jetzt aber. Er geht immer. Oh, lacht nachzütteln. Yeah. Jetzt aber. Oh. Komm, 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 komm. Oh. Oh. Hoppe. Oh. Oh. da ist ja einer, warte mal dann kann ich auch da draußen ich muss da stehen bleiben ich muss jetzt gucken, dass ich gleich wieder ins haus komme ja Wow! Wo kommt die da weg? das kann doch nicht wahr sein das kann dieser scharfschützen helge aber das muss wieder rein wechsel doch mal habe ich das dürfte das eigentlich gewesen sei die kommt nach was machst du denn da die steuerung ist aber nachladen und zwei drei gesungen einmal rein ja 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 Opa! Aber hauptsache versuchen, oh wie geil, ja, alter Wackelpeter, oh, jetzt wird es aber eng, hoppa, hoppa, uh, mal an dem vorbei, mal nachladen, so, das ist doch mal ein klasse Schuss wieder, oder, baut dich, digga, nochmal, okay, ein bisschen Verlust ist immer, was hast du hier konne, ja hier ist ja richtig was los alter und ab vor dem dies dies oh mei aus der hütte kommt jede menge raus bauten haben wir noch eine granate da müssen wir bis es liegt ich habe gerade keine hand mehr zu sein ich habe auch die anzeige der land media er ist jetzt also wenn der wir jetzt nicht da also das jana ist du den hat regelrecht oh ja ich liebe diese animation ich finde das geil das abgebrochene messer so mich daran dann mach ich das hat so junge riesenfeuerball junge das immer es gibt es ja ja wenn du hier unten drin bist, hast du ein Problem. Ich weiß nicht, was jetzt auf mich zukommt, hier. Ganz ehrlich. Scheiße, da kommen wir nicht weiter. Weißt du, was ich mache, wenn ich da nicht weiterkomme? Hier. So. Ich muss da rein, aber... Ich muss da rein, aber... Oh, ähm... Weiter geht's nicht. Also ich komme nur bis da rein. Wollen wir hier unten lang? Ach, okay. Ich bin wieder unten. Ah, Pfeil zeigt hier lang. Hier durch. Puh. Ähm... Nein, das... Das gefällt mir gerade gar nicht. Nein! Ach, hier. Äh... Gehen wir mal nach draußen. Dann gehen wir mal nach draußen. Das ist hier... Ja, das ist einfacher. Letztes Mal nach, oder muss ich das ja mal machen? Ich hab da voll gedrückt, wenn ich schon lachen habe. Mal hier. Ach so. Mal hier. Ach so. Mal hier. Ach so. Mal hier. Ach so. Schilber-Wilber. Schilber-Wilber. Hä? Hä? Der hat Munition automatisch aufgesammelt. Ja, ja. Guck mal. Ne, ich denke, bald die Waffen, die ich habe. Ich bin so einigermaßen gut. Und... Wo ist er? Wesley? Hm. Ja, genau. Das war besser. Ja, genau. Das war besser. Ja, genau. Das war besser. 77. Ja, alles klar. Dann bleibe ich dabei. Das ist... Da habe ich mehr von. Tor Kareff. Was ist denn das? Aha. 840. 290. 77. 366. 30. Ja. Vorhin hatte ich aber eine andere. Ich glaube, ich habe immer Waffen durchwechseln. Die aber fett. Ey. Jetzt reicht es aber. 32. Ja, dann nehme ich. Hm. 32. 2 Fuß mehr rein. Dann nehme ich die mal mit. Hm. Ah. Da ist sie wieder. Alles klar. Die warte ich jetzt. So. Schluss jetzt. Du hast so viel Munition. Du hast so viel Munition. Oder Waffen, die du nehmen könntest. Aber ich will aber den bleiben, die ich jetzt habe. Weil da bin ich jetzt mittlerweile gut durch. Ja. Mach mal hier weiter. Oder was? Weil gerade so würde ich sagen. Ich höre an der Stelle mal auf. Und äh. Ich würde sagen. Genau. Also. Danke Leute. Ich hoffe es hat Spaß gemacht. Und wenn ich. Dann ist mir auch wurscht. Also. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.